So, Servus Leute und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Hier ist euer Beni von der Vikingschmiede und ja, es ist mal wieder soweit. Im September gibt es mal wieder zwei kostenlose Spiele zum herunterladen. Und zwar das erste Spiel wird der Hannes Predator Hunter Hunting Crowns. Jetzt haben wir es. Und das zweite Spiel, wo ihr euch kostenlos herunterladen könnt, ist Hitman 2. Und ja, man hätte es nicht ein bisschen lauter machen. So jetzt haben wir es. Und heute hätte ich gesagt, heute testen wir einfach mal das Predator Spiel. Und ja, was gibt es so ein Spiel zum sagen? Was haben wir denn da? Ihr könnt euren Predator da haben. Ihr könnt zwei verschiedene Charakter zum anpassen. So jetzt haben wir es. Ihr hättet einmal den Predator der Hanne zum... Hör ab. Hör ab. Hi, was ist denn heute los? Ihr könnt den Predator der Hanne anpassen, so wie ihr wollt. Und ihr könnt euer Feuerteam so anpassen, wie ihr wollt. Also ihr habt da Auswahlmöglichkeiten. Da ist kracht. Sag mal, was ist denn heute los? Ja, ihr könnt es auch natürlich mit Freunden spielen. Das ist gar kein Thema. Und den Waffenkofer, was habt ihr da? Und den Waffenkofer, da habt ihr dann... kriegt ihr dann verschiedene Punkte. Oder ihr könnt jetzt zum Beispiel der Hannes eure Punkte oben lösen, machen muss man einfach den Waffenkofer. Genau. Dann gehen wir einfach der Hanne drauf. Und dann kriegt ihr da jedes Mal verschiedene Sachen raus. Und verschiedene Waffen-Skins und Waffen-Sachen halt. Oder vielleicht auch für den Charakter zum Anziehen. Und ja. Und was gibt es Extras? Der Hanne wird erklärt, wie das allgemeine Gameplay ist. Die Steuerung von Predator könnt ihr der Hanne testen. Oder spielen. Und der Hanne könnt ihr euer Feuerteam testen. Oder wird es erklärt, wie sie gesagt. So, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, dann machen wir einfach mal der Hanne... welches Spiel? Äh, was wählen wir? Jagd oder Konflikt? Ähm. Würde man sagen eher Jagd. Dann könnt ihr der Hanne auswählen, ob ihr keine Vorliebe habt. Oder eher Vorliebe habt. Ob ihr den Predator haben wollt. Oder eher das Feuerteam. Aber ich würde jetzt gerne sagen, jetzt testen wir mal das Feuerteam hier auf Herz und Nier. Und ja. Groß und ganze müsst euch halt leider ein wenig Gedulde, bis das Spiel der Hanne Lobby gefunden hat. Da wird es jetzt der Hanne anzeigt. Äh, voraussichtlich wartet seit bis, äh, 28 Sekunden. Ja, das geht jetzt nur. Ähm. Weil ich eben das Spiel habe ja auch die Uncut-Version der Hanne auf der CD. Und wo ich mir das Spiel gekauft habe, da hat es eigentlich relativ lang gedauert, bis du da überhaupt eine Lobby gefunden hast. Also es war schon heftig. Da hast du bis zu zwei Minuten eine Lobby gesucht, bis du da eine gefunden hast. Aber durch das, weil jetzt ja, das jetzt der Hanne kostenlos ist. So können wir runterladen im Play, äh, im Play Store. Wird es hoffentlich schneller gehen. Äh, das ist halt die Standard-Variante. Weil ich hab gesagt, ich nehm die Standard-Variante auch von der, äh, im Play Store. Weil die Uncut-Version, die ist, äh, ja. Das ist schon mal eine andere Hausnummer für sich. Ja, ja. Warum? Es mag schon warten, bis der Halle klar ist und dann sind wir uns gleich wieder im Spiel drin. Ihr gebt alles. Den müsst ihr euch kaufen, aber den hab ich halt leider bloß auf der Ankert-Person irgendwie drauf, weil ich wollte nämlich der Arnie mit reinmachen, aber da bin ich irgendwie nicht dazugekommen. So, zuerst mal einschmutzen. Lass uns den Predator nicht sehen. Das ist immer gute Idee. Ja, und wir schon feststellen, auf jeden Fall wird's jetzt in Zukunft so sein, dass ihr jetzt auf jeden Fall bessere Video-Qualität von mir kriegt, weil ich hab letztendlich geschafft, den neuen Gaming-PC zu holen, oder meine Aufnahme-PC. Mist, das hat er gehört. Und ja, in Zukunft werdet ihr jetzt halt von mir 2K-Videos zu Gesicht bekommen, also ihr bekommt jetzt auf jeden Fall keine verpüxelten Videos mehr. Sie wissen, dass ihr hier seid. Hoffen wir mal, dass sie euch nicht finden. Brauche Deckung. Nehmt die Schlüssel. Hoffentlich öffnen sie das Vorarbeiterbüro. Und da wollte ich mich einfach nochmal dafür bedanken, dass ihr wirklich so viel Geduld gehabt habt mit mir, dass ihr wirklich so viel Geduld mit mir gehabt habt, dass ich da mit meinen Pixel-Videos tue. Aber es wird jetzt auf jeden Fall jetzt besser. Also ihr kriegt jetzt auf jeden Fall auch für Video-Qualität gut Gesicht. Passt auf mich auf! Seht dem Vorarbeiterbüro nach, ob es der richtige Öltanker ist. Es wäre eine Blamage, wenn wir den Falschen greifen. Na ja. Das mache ich. Aaaaah. Suche, 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 suche. Jetzt gehen wir aus Suche. Genauer werden wir es nicht rausfinden. Ich schicke die Tanker-Koordinaten. Tanker-Koordinaten. Jungs, irgendwo ist schon bereit oder Achtung. Ich fahne mich. Schnapp mich! Schnapp mich! Schnapp mich! Schnapp mich! Schnapp mich! Schnapp mich! Oh, der Star-Han aber auch nochmal aus dem Verstorger-Koordinaten, Jungs. Bleibt in Bewegung! Und Trennt uns! Das ist ein Audio-Köder. Du darfst du recht, dass du hier warst. Ja, ja, ja. Jungs, bleib zornen, der ist irgendwo da noch. Eischmotzer. Ja, geben auch keine Reakt. Schaut was! Nagazine! Oh, ist der Blute hier! Ja, Jungs, sind alle auf einmal. Geben wir doch einfach mal Bettung. Mir geht das so gut. Jedenfalls nicht, heute. Puff, also. So, der hat den Scoot weggesteckt, so wie der Schreiter hat er. Bleib zusammen! Mist, das hatte ich gehört. Ich will doch noch fein spartieren! Passiert einen Transponder für die Helikopter. Ach. Jetzt waren wir schon synchron. Helis im Anflug. Bereithalten, Voodoo 1. Verstärkung ist auf dem Weg! Ja, ihr müsst gleichzeitig da an gegen den Predator-Kämpfer und gleichzeitig gegen... Ja, Feinde! Fuck, es zerquetscht mich! Nein, 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 nein! Fuck, es zerquetscht mich! Jungs! Jungs! Uff! Halt! Halt! Ich bin mit ihm gefallen! Setz die Mission vor! Das ist jetzt noch Fall! Fahne! Före! Ist festgelagert! Anders noch! Huch! Ratsch! Scheiße! Jungs! Okay, Jungs bleibt zusammen für mich. Ich brauche mehr Moni! Egal was es ist, ich habe es rumgeliefert! Macht es, Kerl! Das ist ein perfekte Bock! Das wollen wir uns nach hinten! Jetzt! Oh, lauf, 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 lauf! Wenn wir auf jeden Fall das hin, müssen wir auf jeden Fall gucken, dass es noch zur Gefahrenzone kommt. Das ist schon noch definitiv ein Problem. Genauso, ich, so Gefahrenzone, mein ich. Wooh! Mein überlebt, zum Glück! Hahaha! Boah! Das war ein Haus noch! Ohja! Ohja! Oh! Jetzt haben wir auch noch, okay! Ja gut, der einzige Nachteil in dem Spiel ist, ihr müsst halt jedes Mal frisch raus und halt immer wieder frisch rein und eine Lobby suchen. Das ist halt ein wenig der Nachteil in dem Spiel. Aber so schlimm ist es eigentlich auch nicht. So, jetzt springen wir einfach mal kurz in das Tutorial wieder rein und dann gucken wir mal, wie sich der Predator steuern lässt. Und dann testen wir mal das noch kurz, dass ihr auch mal die andere Variante gesehen habt vom Spiel, dass ihr auch natürlich auch den Predator steuern könnt. So, jetzt steuern wir mal die Predator doch. Boah! Boah! Oh, greis! Dann können wir uns doch gern. Genau! Ah, genau! Da können wir uns praktisch rein und da können wir praktisch auf. Wups! Ja, Infrarot hat er gerade ja auch. So, jetzt einfach mal von hinten an und, ah, das ist der. So, kommt er an, ja, jetzt könnt ihr da praktisch rauswählen und dann springt er. Ah, da können wir uns fackig da halt auf den Böhme hochkrabbeln. Oh, da können wir da so Asch zu Asch springen. Oh, es geht eigentlich relativ schnell. Hm. Ja, der Predator ist halt ein wenig nieder unterwegs. Also Tarnbow, das habt ihr auf jeden Fall auch. Aber den habt ihr nicht dauerhaft, ne? Ist der aufpassen oder sonst? Aufpassen? Oh, verdammte Scheiße! Ja! Das kannst du da laut sagen. Hoppla. Das war ein wenig an die Aschgabe. Ja, bei der Uncut-Wersohn da hat's halt die Arme weg und sich. Hoppla. Wo, wo, wo wollen wir denn hin? Das ist da eine alte Dinge. Ja, leicht harmlos. Also auf jeden Fall, das macht auf jeden Fall saumäßig Spaß zu spielen. So, so viel kann ich jetzt schon auf jeden Fall mehr sagen. Oh, das ist der Fendwebel. Bei der Fendwebel. Ah, gut. Dann haben wir da Tarnmodus rein. Komisch. Habt ihr das auch gehört? Das ist kein Mensch! Nein! Definitiv nicht. Ich bin kein Mensch, ich bin das Besseres. Aber nur einen. Äh, Tarnmodus, Tarnmodus. Hoppla. Ich glaube, er hat ihn eben beobachtet. Ist er da sicher? Ich bin mir da nicht sicher. Ich habe Notration. Was? Wie war das für ein... Juhu! Da bin ich! Ich habe Mut! Ich aflöse! Ich habe nichts dazu, aber ich habe auch zuerst. Ich bin mir da nicht. Ich habe mich nicht verstanden. Ich gehe nicht. Ich habe mich nicht. Ich habe nicht mehr. Ich gehe nicht mehr. Ich bin mir da nicht mehr weg. Ich habe es mir weg. Oh, nein! Attacke! W-w-w-w-w-w-w? Ah, nicht Hauptsache, ok. Waren wir das alle mal geschwenden. In den seiner Haut will ich definitiv auch nicht stecken. So, Leute. Dann würde ich mal sagen, wenn euch das Test letztes Blick gefallen hat, dann lasse ich auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Wenn du sogar magst, einfach ein kostenloses Abo. Das kostet wirklich für dich nichts. Und ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns bis zur nächsten Folge und bis dahin bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander.